Aber nix, nee, nix Shooter, nix Shooter, nix Shooter. Ich meine, wenn ich jetzt fünf Jahre am Stück Konsole spielen würde, dann wäre ich wahrscheinlich mit dem Gamepad rumgebumst, so vertraut, dass ich damit auch umgehen könnte. Aber ich habe damals, ich habe ja erst seit 2006 einen Computer, oder da habe ich dann angefangen auf Computer zu spielen, richtig, und ich muss das gewährnehmen, ich muss noch eine Kill-Serie machen. Ähm, jedenfalls, mal die Umgewöhnung von Maus und Tastatur, oder auf Maus und Tastatur, war halt die Hölle. Ja, das erste richtige, den ersten Shooter, den ich gespielt habe, war Land of the Dead. Ja, erstmal war es unheimlich, damals 2007 für mich, und es war noch unheimlicher, weil ich wusste, dass ich damit mit der Maus so schlecht umgehen kann, ja. Das hat die Sache noch viel schlimmer gemacht. Aber seitdem halt nur noch PC. Und aber so eine geilen Spiele, wie, wie, ähm, hier, wie ich damals zum Beispiel extrem lange Silent Hunter 3 gespielt habe, gibt es ja für Konsole gar nicht. Scheiße, geh hier raus, ich will hier rein! Der nebelt nicht schon wieder alles wohl. Leute, die haben alle Sheets an. Ich halte, ich halte voll rauf, aber ich treffe einfach nichts. Scheiße! Die Sache eskaliert, Leute! Kriegt nur Assists hier. So. Haltet die Stellung! So macht man das da, wo ich herkomme. Scheiße! Aaaaaah! Ja, mit den Kombinationen habe ich mich nie wirklich beschäftigt. Ich dachte mir so, damals Berserker macht mich stärker, aber Berserker finde ich wurde so dermaßen genervt. Eigentlich kann ich den genauso gut weglassen, da merke ich nichts von. Wir verlieren einen Kontrollfunken! Ja, guck mal, aber ich brauche ja sowieso einen PC. Erstmal brauche ich den PC öfter beruflich. Und dann spiele ich halt hauptsächlich sogar Spiele, die es gar nicht, oder oft Spiele, die es auf Konsole gar nicht gibt. Du was? Oh, ich stehe sowieso beides. Also kann ich gleich alles auf dem PC spielen. Und wenn ich irgendwie Tastatur- und Mauslegastheniker bin, dann haue ich mir eben ein Gamepad in den PC. Wo bist du drauf? Ah, ich hab das Ding nicht aufgeladen, ich bin unkonzentriert, äh, Vorherrschaft. Oh, nicht, ich wollte schon wieder wie ein Battlefield markieren, ne? Nein, ich habe eine Granaten! Mann, was ist denn hier los, Alter? Ah, cool, ey, was ist auch die schöne Zeit von heute Nachmittag geworden? Ist glaube ich immer so, wenn ich zweimal am Tag lange zocke, dann kriege ich beim zweiten Mal noch weniger geschissen als beim ersten Mal. Ist hier noch Platz? Nee. Guckt euch mal an, ich treffe einfach nichts! Dann kriege ich immer nur Assists. Wie denn nun Assists? Ah! Was? Bei PS4 hast du halt nur noch Schwitzers, was ich schwitzers? Ja, mein Gott, klingt gut nicht geschrieben, hm? Aber ist ja scheißegal, wie schlecht ich bin, es geht ja darum, dass ich Spaß habe, ne? Genau. Nur wenn Leute sowas sagen, ne? Wie kann man Spaß haben, wenn man nur in den Arsch gefickt wird? Hä? Geht! Geht! Das gibt's nicht, Alter! Er rollt sich durch die Gegend und gibt sofort einen gezielten Schuss ab! Achso, Coolite! Du bist im Gegner-Team! Jetzt ist Coolite da, jetzt sind wir wieder alle zufrieden. Dann haben sie wieder einen schönen Typen hier. Du bist im Gegner-Team! Ja, aber hier kann Platz mehr wahr! Dann fick mich doch, du blöder Wichser! Hm! Alter, ich krieg nix geschießen! Oh, Kopfschuss, du Wichskopf! Und wo kommt ne Gegner? Da! Hinter mir! Hier! Wie kann man sich's so nennen? Ich versteh die Felder! So ne Leute sind dafür verantwortlich, dass es immer wieder Kriege gibt! Oh, ich ahne, wie schlimm ist! Du hast eine schlechte Wahl gefunden! So 4 zu 8.000. Cool, wenn du mich tötest, ne? Dann bist du scheiße! Oh! Das versteh ich aber nicht! So, wer ist ne OP? Wer ist ne OP? Bosk ist doch OP oder nicht? Oh, ich muss Krennic spielen! Krennic! Kann ich aber nicht! Was kann der denn? Bald werde ich der engste Vertraute des Imperators sein! Genau! Was haben wir denn hier? Ich versteh nicht, was das alles kann! Da muss er nachladen hier immer! Los Männer! Ich kenn den Weg! Da ist ein scheiß Rebell! Na ja, du Mistsau! Das Weglaufen bringt dir auch nix! Das Imperium wird siegen! Fehl geklaut worden! Platz nach! Platz schneller nach! Du Lusche! Munitionswechsel und weiter! Munitionswechsel und weiter! Hopper, weiter! Wollen wir uns treffen und mal zeigen, wie gut Imperium und Rebellen auch zu uns miteinander auskommen können? Ja, sollen wir es machen, ohne uns anzugreifen? Ja, irgendeiner wird schon auf uns schießen! Was? Scheiße! Ja, wo bist du? Ey, einmal! Ach so! Das war's der Du! Ne, ich hab da ganz kurz einen gesehen! Ja, 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 ja! Du hast einfach keinen Skill! Nein, das war, das war mit ein Held! Ich hab da einen kommen sehen und hab den, ne, voll eiskalt penetriert! Aber wer hätte ich gewusst, dass du das wärst? Ne, hätte ich dir den Kuss gegeben, aber ich hätte dir nicht auf den Arsch gesteckt, so wie eben gerade! Oh! Wieso macht denn das Ding One-Shot? Versteh ich nicht! Wieso macht das Ding denn One-Shot? Was hab ich denn hier eingestellt? Was ist das hier? Oh, hier mal einen Druiden hin! Mein Schild ist undruiden! Oh! Scheiße! Idiot! Ah! Scheiße! Oh Gott, jetzt hat er sich die Luft gesprengt wegen mir! Oh! Er wird mich lieben, Leute! Der liebt mich! Oh, Mann! Fail 5000! Oh, nee! Alter! Ja! So! Da oben ist ein Penis! Battlefield 4! Ja! Geh doch zu Hause! Der Kite dachte erst, er macht mit der Rakete den Schuss eines Lebens, ja? Und dann sowas! Und dann sowas! Wie viel Schuss kann ich denn hier... Wie viel One-Shot kann ich denn hier mitmachen, Alter? Ich versteh das nicht! Ist ja voll geil! Alter! OP Deluxe, Alter! Na ja, er ist ja auch... Oh! Er ist ja auch ein Schurpel! Ah, jetzt hab ich's wieder ausgestellt! Aber ich muss noch ein bisschen was fürs Team machen! Naja, wenn ich mit dem Schurken noch nicht tot bin, dann kann der nur OP sein! Vor allem, wenn man weiß, wie man das alles einzusetzen hat, ne? Ich hab ja noch keinem das zu tun, was ich jetzt machen soll! Der Droide ist... Was macht der nochmal? Hier treiben sich irgendwo böse rum, das kotzt mich an, Leute! So! Ach! Schon wieder auf den Eimer gekillt worden hier! Ach so! Aua! Die schießen auf mich! Ich warte hier auf dich! Oh! 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 104. Ja, da hast du bestimmt Report Swing Cheating bekommen. Ich werde meine Pläne durchsetzen. Was ist denn 3? Ich verstehe 3 noch nicht, Leute. Was macht denn 3? Oh, Luke ist ja da. Jetzt hat er doch mich geschossen. Oh, durch den Schild komme ich leider nicht. Ach, das ist cool, Leute. Da stand gerade dein Name. Er will mich wegzeiglern hier. Ich werde meine Pläne nicht entzwacken. Tulei, wenn du mich tötest, das wäre eine Ehre für mich. Alter! Tulei, da will ich einmal mit dir prügeln. Du hast mein bestes Kumpel kaputtgeschlagen gerade. Ein Kumpel? Ähm, ich glaube, ich muss mich... Nichts wird meinen Ausflug stoppen. Ich habe einen Moment... Ehrlich? Was habe ich gemacht? OP Deluxe, Alter! Mein neuer Film heißt OP. Krennic OP. Ist das der Nachname OP? Ah, ne, Krennic ist das der Nachname. Wie heißt denn die eigentlichen Vornamen? Heißt der Sebastian oder so? Mhm. Ach, ich... Ach! Wie, warum ich wohl auf Sebastian gekommen bin? Hm, aber ich kenne einen auf den Pass Sebastian. Darauf... Der Nachname darauf reimt sich leise. Kennst du den auch, Kulai? Das wäre so ein Schmunzelhase, ne? Alter, cool, das wäre so geil, wenn ich jetzt hier als Held und nun mein Team... Wir würden hier gemeinsam, äh, das sind wir... Lass mich leben! Ich bin getroffen! Die Galaxis beherrschen und der... Und der... Explosions... Ah, Luke! Scheiße! Ah, ich bin ja gar nicht tot! Das habe ich nicht gedacht. Ich habe nicht daran gedacht. 23 zu 9, wo es sich hat nicht daran gedacht. So, Kula, jetzt... Bitte tu mir nicht weh, Kula, ja? Alles wird gut. Ja, wir verlieren, weil ich nicht aufgepasst habe. Aua, ich renne hier durch die Magma. Ich habe scheiße angefangen und auch scheiße aufgehört dieses Mal. Du hast schlecht angefangen und stark nachgelassen. Hör. Nein! Aber, also, ähm... Krennic macht Spaß, Leute. Krennic macht Spaß. Wenn man sich noch mit dem bisschen beschäftigt und weiß, wann man den Droiden und das andere einsetzen soll, ne? Dann macht er wahrlich Spaß. Oh, Ahsoka... Ist auch da. Kula, mach mal ein dummes Gesicht, danke. Reicht schon. Du kleiner Twi'lek. Was? Was für ein Moment... Wo kann ich mir den Moment angucken, Mirko? So, ich muss aber jetzt noch Präzisionsgewehr-Serie machen, eine. So, cool. Laut Drehbuch müssten wir jetzt wieder ins selbe Team kommen.